Als Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, ist die Gustav-Landenscheid-Schule in Schöneberg ausgezeichnet worden. Die Patenschaft der Schule übernahm der Sicherheitsunternehmer und Ex-Kickboxer Michael Kuh. Verbunden mit der Auszeichnung ist die Verpflichtung von Schulern und Lehrern, sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt zu wenden. Voll viele werden diskriminiert und damit hier in der Schule sowas nicht vorkommt, sollten wir halt auch eine Schule ohne Rassismus mit Courage und wir finden das halt voll cool. Schule mit Courage ist ein Schulnetzwerk. In Deutschland engagieren sich Schüler und Lehrer von rund 2500 Jahren Schule.